Ja, der Platz ist jetzt schneller geworden. Das sieht man bei diesem langen Ball Gesson. Eigentlich bin ich umgekehrt und ich bin nicht umgekehrt. Für alle die, die sich während Corona nach einer Party sehnen. Die FCB-Fans zeigen, wie man trotz der aktuellen Fallzahlen eine fette Party feiern kann. Unter dem Motto, Zeit zum Kommen, haben die Fans ja bekanntlich aufgerufen, um heute hier ihrem Unmut Luft zu machen vor dem Stadion. Ihrem Unmut in erster Linie nicht gegen die sportliche Misere, die der FC Basel aktuell drin ist. Das ist cool, würde ich jetzt sagen. Während tausende Fans ausserhalb des Jockelis für Stimmung sorgen, ist dafür im Kibun Park ein unermüdlicher St. Gallen Fan ganz alleine zuständig. Jean-Pierre Samy. Das ist interessant, da läuft etwas. Die Quelle des Lärms. Etwas Stadionatmosphäre. Normal ist ja da nicht, oder? Aber es gibt es immer wieder. Es sind halt nur Menschen. Zuständig für knackige Analysen ist im Studio der Experte Rolf Ringer. Dass er in der Berichterstattung ab und zu mal vorgreift, stösst Gianni langsam sauer auf. Dann ist man nachher auch nicht so enttäuscht, wenn es St. Gallen leider auch sind. Aber es hat ja dann auch noch eine andere Penalti gegeben. Und das ist ja vielleicht auch nicht Zufall. Also jetzt nicht reinschiessen, Rolf. Wir schauen zuerst einmal noch das 1-1 von Jean-Pierre Samy an. Das war ein richtig bitchiger Satz. Oh mein Gott. Christian Constantin stand auch diese Spielrunde in der Coaching-Zone. Während sich Rolf Ringer über die CC-Illustration amüsiert, fragen wir uns, wer Dennis Hediger in Sachen Garderobe berät. Die Rede ist vom CC, von Christian César Constantin. Er ist richtig. Ich finde ihn nicht so gut. Zu guter Letzt. Sein erstes TV-Interview hat sich Vaduz-Verteidiger Simani wohl ein wenig anders vorgestellt. Ist es ein Spiel, das vom Spielverlauf überhaupt nicht ... Sorry, jetzt haben Sie das nicht verstanden. Wegen der Musik. Ist es ein Spielverlauf, der euch überhaupt nicht entgegenkam ist mit dem frühen Gegengall? Ich verstehe dich gar nicht. Nein. Ja. Ja. Boi.